Nach dem kurzen Durchhänger am Montag geht es also jetzt wieder, zumindest vorbörslich, bergauf. Turnaround Tuesday, wie so oft in den letzten Wochen. Am Dienstag hatten wir oft den Tag, an dem es dann wieder bergauf ging, wobei natürlich die letzte Woche schon beeindruckend war. Wir hatten die größte Wochenrallye in 40 Jahren an der Wall Street. Und was ich bewundernswert finde, um nicht zu sagen, stückweit auch ein bisschen beunruhigend, wie sehr der Aktienmarkt die wirklich stark steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen ignoriert. Auch an diesem Dienstag geht es weiter bergauf. Im zehnjährigen Bereich haben wir jetzt Renditen von knapp unter 2,4 Prozent. Das ist eine deutliche Steigerung, selbst im Vergleich zur Notenbank-Sitzung in der vergangenen Woche. Und wenn wir uns jetzt mal die Zinskurve anschauen, zwischen den zwei- und zehnjährigen Staatsanleihen liegt die nur noch bei 18 Basispunkten. Morgan Stanley betont, dass wir im zweiten Quartal eine bald inverse Zinskurve bekommen werden. Historisch betrachtet oft ein Signal, dass das Risiko einer Rezession zunimmt. Aber JP Morgan sieht das Risiko einer Rezession nur bei 8 Prozent. Goldman Sachs sieht das Risiko einer Rezession bei 35 Prozent. Jerome Powell sieht auch nur das geringe Risiko einer Rezession. Trotzdem will der Chef der Notenbank ordentlich Gas geben. Und das sieht man nach der Rede von Jerome Powell am Montag. Goldman Sachs geht jetzt davon aus, dass wir im Mai und im Juni eine Zinsanhebung um jeweils 50 Basispunkte sehen werden. 100 Basispunkte also an zwei Tagungen, statt der bisher nur erwarteten 50 Basispunkte an beiden Tagen. Das ist also eine ganze Ecke mehr, als man erwartet hatte. Und Jerome Powell hat am Montag auch nochmal klargemacht, dass es recht wahrscheinlich ist, ab Mai sehen wir eine Reduktion der Bilanz der Notenbank. Trotzdem sagt der Chef der Notenbank, wir wollen aber natürlich den Aktienmarkt nicht destabilisieren. Man wird behutsam vorgehen. Das lässt also hoffen, dass die Bilanz nicht zu stark auf Monatsbasis reduziert wird. Aber nichtsdestotrotz, der Gegenwind der Notenbank ist da. Und am Montag, als die Inflationserwartungen auf 5-Jahres-Sicht noch deutlich im Plus waren, und gut, sie sind es immer noch, die Inflationserwartungen sind gestiegen, seit der Notenbanktagung. Das ist ein klares Signal, dass der Markt nicht glaubt, die Notenbank wird so stark bremsen. Aber Glauben ist nicht Wissen. Und dass die Renditen so stark anziehen, das lässt eigentlich zumindest mal den Gegenwind am Aktienmarkt wieder zunehmen. Morgan Stanley glaubt jedenfalls, dass der Boden am Markt noch nicht gefunden ist. Schauen wir uns mal einige Charts von Morgan Stanley an. Die Verbraucherpreise auf Jahresbasis, wenn man sich das mal über viele, viele Jahre hinweg anschaut, sieht man vor allem eins, nämlich, dass die Notenbank immer reaktiv ist und nicht wirklich proaktiv. In anderen Worten, das Zenit der Inflation dürfte in greifbarer Nähe sein. Und die Notenbank bremst jetzt quasi in eine ohnehin bald abkühlende Wirtschaft hinein. Das zeigen im Übrigen auch die Gewinnschätzungen, die leitenden Indikatoren von Morgan Stanley, hier in gelb gestrichelt dargestellt. Daran gemessen also dürfte das langfristige Gewinnwachstum im S&P 500 auch merklich an Dynamik verlieren. Das wäre natürlich auch ein Belastungsfaktor für den Aktienmarkt. Last but not least nochmal der Vergleich mit 2018, 2019. Die letzte Zinsanhebungsphase der amerikanischen Notenbank. Und auch hier betont Morgan Stanley, dass die Korrelation damals mit dem aktuellen Umfeld relativ eng ist. Hier sehen wir einmal blau das aktuelle Umfeld und gelb das Umfeld 2018, 2019. Das würde eigentlich dafür sprechen, dass der S&P nochmal abtaucht, wenn die Korrelation hält. Bedeutet also im April Niveaus von 3.800 Punkten. Da bin ich gespannt. Morgan Stanley ist schon relativ lange im Lager der Bären, lag damit aber seit November natürlich auch ganz gut. Hier sagt man also nach wie vor eher Vorsicht. Gleichzeitig aber ist die Stimmung immer noch sehr schlecht an der Wall Street. Die Positionierung in Aktien bei den institutionellen Investoren ist auch noch relativ mild. Da ist also noch ein bisschen Potenzial drin. Durchaus denkbar, dass der S&P bis auf noch 4.600 Punkte steigt. Da dürfte dann aber letztendlich gesehen die Luft dann in der Tat auch etwas dünner werden. Jetzt kommen wir mal zu Nike. Die Ergebnisse waren besser und vor allen Dingen auch besser, als man befürchtet hatte. Im abgelaufenen Quartal sind die Umsätze in China tatsächlich gesunken um 8%. Das hatte man erwartet, aber man hatte ein noch dickeres Minus erwartet und das konnte verhindert werden. Alle anderen Regionen, inklusive Nordamerika, liefen dafür umso besser. Und ganz wichtig, das Management betont, was die Aussichten betrifft, die Nachfrage ist immer noch ausgesprochen robust. Man hat immer noch Probleme, die Lager aufzufüllen. So, das ist natürlich ein schönes Problem. Die Nachfrage ist da, aber ich kann nicht liefern. Umgekehrt wäre es problematischer. Und dementsprechend gibt es auch überwiegend positive Analystenkommentare. Unter anderem auch von K&O Company. Hier werden die Gewinnschätzungen für das laufende Fiskaljahr angehoben. So, Alibaba. 15 Milliarden Aktienrückkäufe. Jetzt werden es 25 Milliarden. Die Aktie konnte bereits im Handel in Asien ordentlich zulegen, ein 11% Kursanstieg. Und wir warten auf die Analystenkonferenz, den GTC-Tag bei Nvidia, der um 13 Uhr meiner Zeit beginnt. Das ist, glaube ich, mit der Zeitumstellung jetzt etwa 18 Uhr der Zeit in Deutschland, Schweiz, Österreich. Auf jeden Fall sind die Analysten im Vorfeld alle positiv gestimmt. Wen wundert es? Nvidia ist sehr, sehr gut positioniert. Und Grundthino der Analysten ist, an diesem Dienstag wird man auf dem Präsentierteller nochmal zeigen, wie gut die Plattformstrategie ist, wie solide die Roadmap ist. In anderen Worten, die Gewinnschätzungen dürften hier eher steigen. Noch ein Wort zu Boeing. Der tragische Flugzeugabsturz. Die Suche nach der Blackbox geht weiter. Morgan Stanley geht bei Boeing jetzt erstmal auf Abstand, bleibt bei Halten. Aufgrund der Unsicherheit verursacht durch den Flugzeugabsturz. Man muss erstmal klären, wie es dazu kommen konnte. Ob hier neue Risikofaktoren auch auf Boeing zukommen. Und Boeing hat ja nicht nur diese Frage im Raum stehen. Immer wieder auch Probleme bei der Produktion der 787. Es gibt das regulatorische Risiko. Von daher also bleibt man bei Boeing jetzt erstmal am Ufer. Und wartet ab, bis sich die Situation also wieder stabilisiert. Habe ich was vergessen? Adobe, habe ich vergessen, soll heute Abend Zahlen melden. So manches Softwareunternehmen hatte in den letzten Wochen eher enttäuschende Zahlen. Die Sorge aber, wenn man den Stimmen der Analysten Glauben schenken kann, die Sorge bei Adobe dürfte so groß nicht sein. Adobe dürfte in der Lage sein, die Erwartungen des Marktes zu schlagen. Das ist jedenfalls der Grundtenor an der Wall Street. Heute Abend nach der Schlussglocke werden hier die Ergebnisse gemeldet. So Square wird bei Mitsuho aufgestuft. Kursziel 190 Dollar. Das wird den einen oder anderen interessieren. Square oder Block, wie das Unternehmen heißt. Ein bisschen konfus, weil das Ticker-Symbol, das Handelssymbol an der Wall Street ist immer noch SQ. Also wie Square. Aber das Unternehmen heißt natürlich mittlerweile Block. Coinbase wird abgestuft bei der Citigroup. Kursziel sinkt auf 275 Dollar. Und damit mache ich mal Schluss. Ich wünsche einen guten Handelsstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.